Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ja um uns Jungen, aber um das Thema, wie gut ist das Spiel, was stört mich, was finde ich gut, was findet ihr gut, was stört euch. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich möchte nur bitte vorweg, Leute, jeder hat seine eigene Meinung. Also bitte, wenn jemand in den Kommentaren was ganz anderes sieht, als ihr es diesem Spiel, nehmt ihr nicht böse und tut euch bitte nicht beleidigen. Das wäre nett. Ja, fangen wir mal an mit dem Game. Also, ich fange jetzt mal mit den positiven Sachen an, bevor ich zu ein paar negativen Dingen komme, weil es noch ein paar Sachen dabei gibt, die mich auf jeden Fall stören. Die, falls ich in Zukunft besser werde oder nicht besser werde, muss man halt dann schauen. Also, was ich auf jeden Fall cool finde, ist vor mir erst mal das Setting. Ich bin ein riesen Supernatural-Fan, Stranger-Things-Fan, Walking Dead bis zur Staffel mit Glenn. Und dieses Spiel ist so ein bisschen diese Richtung von der Art her. Wir haben eine sehr abgedrehte Storyline mit einer Mischung aus so leicht wie zombieartigen Kreaturen mit einer postapokalyptischen Welt. Auch wenn die Skins alle ein bisschen modern sind, aber da kommen wir nochmal später zu. Ist ja so vom Setting genau das, was ich mag. Ich mag eigentlich Shooter-Spiele, aber die nicht so krass Shooter-mäßig sind. Also, ich sag jetzt mal so wie Call of Duty zum Beispiel. Sondern eher so Richtung Destiny, sag ich jetzt mal. Und in diese Richtung gehen wir ja auch. Wir sind ja ein Survival-Game. Und ich liebe Survival-Games nebenbei. Und wir mischen diese ganzen Genres hier zusammen. Und das ist eigentlich vom Setting her genau das, was ich als Spiel feiere. Auch das mit den verschiedenen Waffenarten, Elementar. Wir haben Bomberwaffen, wir haben Splitterwaffen. Verschiedene Arten von Sets, was ich auch ziemlich cool finde. Deswegen, von der ganzen Atmosphäre, mega. Finde ich gut. Ich finde, die Welt sieht super schön aus. Klar, man merkt an manchen Ecken, dass oft Copy and Paste gemacht wird. Aber ich glaube, in welchem Game ist es heute nicht, dass Orte ähnlich aussehen. Ich glaube, ich habe den Weinkeller, den es im Game gibt, glaube ich schon viermal gefunden. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Was ich auch cool finde, ist die Vielfalt der Waffen. Dass man sehr viele Sachen spielen kann. Ich meine, bis am Anfang des Games, es wird noch über weitere Karten, Szenarios, Seasons, Phasen, dazu kommen wir auch noch gleich, wird es noch einige weitere Waffen geben, die den Pool noch erweitern. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich aktuell Elementarwaffen spiele und ich kann Elektrofeuer-Eis spielen, ohne Probleme zu switchen, macht das Spaß. Diese Vielseitigkeit der Waffen finde ich gut. Muss ich auf jeden Fall sagen. Das sind auf jeden Fall alles Aspekte, wo ich sage, also Gameplay-mäßig toll. Dann, was man auch sagen muss, was ich persönlich ja folgen kann, ist die Community. Also, wir haben ja auch eine Community am Laufen mit ungefähr 200 Leuten. Und ich muss wirklich sagen, es macht richtig Laune, abends einfach in der Party zocken, bei uns im Discord zu quatschen. Teilweise gar nicht viel im Game zu machen. Aber dieses Miteinander ist auf jeden Fall hier sehr, sehr cool. Ich muss sagen, bis jetzt ist die Community eher positiv. Ich meine, es gibt Games, da ist die Community sehr, sehr toxisch. Finde ich bis jetzt auf jeden Fall hier nicht so. Das ist auch ein großer Pluspunkt, wo ich sagen muss, ich habe selten Probleme, wenn ich irgendwie was frage, sogar auf den Servern. Man wird irgendwie nicht doof angemacht. Klar hat man auch dabei, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich eher, dass die Leute sich hier gegenseitig helfen. Wie gesagt, auch in der Community. Und das ist ein großer Pluspunkt auf jeden Fall, was mir dieses Game noch viel, viel Spaß gemacht, einfach abends mit Leuten zusammen zu zocken und den Content zusammen zu genießen. Weil ich bin zum Beispiel ein Spieler, auch wenn man hier vieles alleine machen kann, ich zocke eigentlich eher im Team. Ich zocke das, ich habe, ich glaube kaum Silos, Bosse alleine, weil Bock ist halt nicht so. Ich will mit der Gruppe spielen. Sonst kann ich auch Singleplayer spielen. Also das ist auf jeden Fall ein großer Aspekt, der sehr, sehr gut ist an diesem Spiel. Was man auch sagen muss, und das ist jetzt ein Vor- und ein Nachteil zugleich, ist das Szenariosystem. Ich finde es schön, dass wir verschiedene Szenarien bekommen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Manibussease, also das PvE-Spieler, jetzt das Manibus-Szenario gehabt. Wo wir die erste Karte unten rechts hatten mit den ganzen Sachen, wie jetzt hier die Prime Wars, die Bosse, also die Storyline da rum. Und jetzt kommt ja die zweite Karte, die oben in der Mitte, also oben stattfinden wird, die eher das Thema zwischen Feuer und Eis hat. Besser gesagt, jedes Szenario soll ja ein neues Kernfeature haben. Und auf dem zweiten Szenario ist es im Endeffekt so, dass das Feature, das Überleben mit dem Wetter sein soll. Kälte, Hitze. Und das finde ich ziemlich nice, dass eine neue Karte einem neue Herausforderungen gibt. Das hat mich sehr stark an Ark erinnert, also falls jemand Ark mal gespielt hat. Wenn man The Island betrachtet und Scotch Earth dann betrachtet, ist der Fokus bei Scotch Earth eher auf dem Überleben gegen die Hitze und die Wasserarmut. Aberration zum Beispiel war dann ja eher mit der Höhle und mit den ganzen Mutanten. Jeder der Hauptkarten hat auch ein neues Kernelement gebracht. Und es erinnert mich so ein bisschen an dieses Thema. Sodass es das gleiche Game bleibt, aber es eine andere Überlebensstruktur gibt, die man schaffen muss. Und das finde ich sehr interessant. Das gefällt mir auf jeden Fall, weil man weiß, man bekommt alle paar Wochen, Monate, hängt immer davon ab, wann ein neues Szenario startet, eine neue Herausforderung. Und falls ich das auch noch als Pluspunkt nennen kann, ist das Bauen. Also wenn ich mir mal so mal angucke, welche Basen man hier bauen kann, auch dazu kommt gleich nochmal ein negativer Punkt. Aber man kann hier wunderschöne Basen bauen. Also das Bausystem ist zwar noch ein bisschen ausbaufähig, also manche Sachen mit den Snap-Points und so ist noch ein bisschen, ja. Aber wenn ich mir teilweise sehe, was manche Leute hier bauen können, ist das schon ziemlich, ziemlich geil. Und muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, sind so ein paar grobe Aspekte auf jeden Fall, die ich ja dem Game toll finde. Ja, ich meine, es sind schon noch wesentlich mehr mit dabei, dass ich sagen kann, okay, ich finde eigentlich die ganzen Sachen, die man so skillen kann, die Systeme vom Wasser zum Beispiel, dass man darauf achten muss, dass wenn der Wasserfänger oben ist, dann der Filter ein bisschen tiefer ist und dann erst der Wasserbehälter kommt und das Wasser nach unten fließt und nicht nach oben, sondern man müsste dann Pumpen anbringen, um das Wasser nach oben pumpen zu können und so ein Kram. Sind die super cool gelöst, ja. Also das Elektro- und das Wassersystem gefällt mir hier gut, das Autosystem gefällt mir gut, also wir haben hier schöne Autos mit diesem Aufbauen und generell, dass man mit dem Auto die Karte bereisen kann, finde ich gut. Es sind schon ein paar Aspekte dabei, natürlich noch zusätzlich, die ich eben jetzt gerade genannt hatte, die in dem Game Spaß machen. Aber sonst gibt das Video am Ende irgendwie 30 Minuten, das ist doch nicht der Sinn dahinter. Aber zumindest mal so die Sachen, die ich besonders toll finde. Jetzt kommen wir mal an so die Dinge, die ich nicht so geil finde. Und ich fange mal vorab mit dem, ich glaube, Elefanten im Raum an, ist das Szenario Phasen-Seasons-System ist, finde ich, viel zu kompliziert. Wir haben mehrere Szenarien am Laufen, in normalen Mitteln, schwer. Wir haben PvE, PvP-Szenarien, es kommt immer mehr mit dazu, die unterteilt sind in Seasons, in Phasens. Und es ist alles so, ich glaube, wenn man irgendwann mal in einem halben Jahr in dieses Game einsteigt, könnte es sehr kompliziert werden, wenn man irgendwie überflutet wird von Informationen, wo soll ich wie, wo spielen. Was ich, glaube ich, sehr anstrengend finden würde. Plus dieses Szenario-System, dass zum Beispiel jetzt die Schneekarte nur 35 Tage geht, ich nicht so geil finde. Weil man spielt dieses Szenario dann doppelt, vielleicht sogar dreifach. In Manibus haben wir jetzt ja auch mit dem PvP-Szenario, im Endeffekt haben wir auf der gleichen Karte das dreimal gespielt, zweimal PvE, einmal PvP. Und ich so ein Spieler bin, ich mag das nicht, wenn ich jetzt wirklich drei Monate lang immer wieder dreimal von vorne anfange. Wenn man sagt, ein Szenario geht drei Monate, dann würde ich es cooler finden, wenn ich auch drei Monate auf einem Server bleiben kann und nicht dreimal von vorne anfangen muss. Weil ich finde, man macht sich übelst die Mühe, eine schöne Base hinzubauen, man sammelt Ressourcen, was ich finde bei einem Survival-Game halt ein Kernelement im PvE-Bereich ist, dass man einfach sammelt, sammelt, sammelt. Und dann wird ein Reset gemacht und ich kann davon eh nicht alles mitnehmen. Also wenn ich so ein Spieler, der dann eher minimalistisch denkt und ich denke mir, warum sollte ich mir jetzt eine riesen Säure-Farm aufbauen und 20.000 Säure im Eternal Land lagern beim Wechseln und ich kann davon nichts mitnehmen. Also sammle ich Säure nur so, dass ich durch die Season komme und mehr brauche ich ja nicht, wisst ihr, was ich meine. Ich bin auch keiner, der sagt, ich mache jetzt ein krasses Handelssystem, weil was bringen mir 10 Millionen Geld auf dem Konto, wenn bei einem Wechsel das Geld gelöscht wird, wisst ihr, was ich meine. Ich bin da so, ich sehe das eher ein bisschen so, keine Ahnung, ich mache es dann nicht, wenn es mir nichts bringt und das finde ich schade. Würde in einem Szenario drei Monate gehen, würde es Sinn machen, Geld aufzuwahl, so zu sammeln, um handeln zu können für gewisse Dinge. Und das ist sowas, was mich halt wirklich stört, weil ich weiß nicht, wie lange das bockt, bin ich ehrlich. Ich meine, klar, jetzt starten wir so gesehen zum vierten Mal. Viermal ist noch okay, gerade weil jetzt eine neue Karte kommt. Bei einer neuen Karte finde ich es vollkommen in Ordnung, also das finde ich es gut, bei einer neuen Karte Level 1 zu beginnen. Aber dann die Schneekarte noch zweimal, eventuell dreimal zu spielen. Und wenn ich darüber nachdenke, dass es dann in Zukunft weiter so laufen kann, weiß ich nicht, ob das unbedingt bockt. Es könnte sein, dass irgendwann die Luft raus ist und das will ich eigentlich nicht. Dann ist ja so klar, bevor es jemand schreibt, natürlich wurde von Anfang an gesagt, es wird irgendwann permanente Szenarien geben. Aber dann sind wir über den Punkt, das muss gut aufgebaut werden. Dann haben wir nämlich permanente Szenarien, kurze Szenarien. Wie wird der Wechsel sein? Da bin ich mal gespannt, wenn das ein cooles System wird, habe ich Bock drauf. Aber das kann auch noch verwührender werden, als es jetzt schon ist. Deswegen mal abwarten. Dann finde ich zum Beispiel störend, dass man nur auf einen Server 14 Tage lang beitreten kann. Weil das so ein bisschen das kaputt macht, wenn man neue Leute kennenlernt, die auf einem anderen Server spielen. Aber die heute wechseln können und mein Server ist auch schon auf Tag 20, dann können die nie zu uns kommen. So finde ich auch zum Beispiel ein sehr komisches System. Gerade um halt Communities zu vereinen, wird das halt teilweise sehr, sehr schwer. Man muss dann wie Pausen anlegen oder extra kurze Szenarien spielen. Finde ich auch nicht so geil. Aber ja, gut, da müssen wir mal eine Lösung für finden. Ich finde, das macht das so ein bisschen schwerer, das Game zugänglich zu machen mit der Zeit auf jeden Fall. Also irgendwann wird das halt, denke ich mal, ziemlich kompliziert werden. Und das finde ich nicht so geil. Dann muss ich sagen, weil das Thema Bauen waren wir ja auch schon. Ich finde, es ist super cool, dass wir hier schön bauen können. Hatte ich ja schon erwähnt. Aber ich finde es halt schade, dass wir viele Sachen einfach hinter eine Paywall stecken. Ist ja okay, ist ein Free-to-Play-Titel, was Geld verdienen muss. Da sehe ich vollkommen ein, da habe ich kein Problem mit. Aber mir kommt halt zu wenig Free im Verhältnis zu was kostet. Wisst ihr, was ich meine? Ich hätte kein Problem damit, wenn sie im Monat drei Deko-Packs für uns Spieler raushauen, die Geld kosten. Aber ich würde es geil finden, wenn man über Events oder so auch neue Sachen hinzugepatcht bekommen würde. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, ist noch nicht drin, vielleicht ändern sie es ja so. Es wird wahrscheinlich ein Halloween-Deko-Pack geben. Wird es aber cool finden, wenn man noch vielleicht ein, zwei Halloween-Deko-Sachen erspielt. Weißt du, was ich meine? Ich würde mir ein bisschen mehr erspielbaren Deko-Content wünschen, anstatt es den halt nur zu kaufen. Genauso wie die Lootboxen. Ich meine, kein Problem damit, dass sie über Lootboxen ihr Geld verdienen wollen. Ich meine, es sind ja nur Skin-Lootboxen, daher ist nichts Schlimmes. Aber es ist schon krass, dass das Auto fast an 500 Euro rankommt von der Lootbox. Und wir halt im Endeffekt als Spieler so keine Free-Version bekommen. Ich meine, ich hätte es cool gefunden, hätte man zum Beispiel gesagt, hey, man packt ein neues Auto rein, was man sich erspielen kann. Und der Skin dafür, für den schöneren Skin, ist halt in der Lootbox. So, dass man auch im Free-Content trotzdem immer noch etwas bekommt. Oder man sich Ziehungen für die Lootboxen auch erspielen kann mit schweren Bedingungen und auch nur eine begrenzte Anzahl, dass man trotzdem payen müsste, aber man trotzdem ein bisschen was im Free-Content hat. Das würde ich noch ganz geil finden. Das finde ich auch aktuell ein bisschen schade. Genauso auch wie, ich sagen muss, was mich auch so ein bisschen noch stört, ist, wenn ich auch ein bisschen schade finde, aber auch das Neckern auf hohem Niveau sind die Events. Ich finde die Events in diesem Spiel, es ist schön, dass wir welche kriegen. Keine Frage, ich finde es cool. Aber ich muss sagen, bei vielen Events ist halt eigentlich kein Event-Gefühl für mich da. Also das Autorenn-Event, was wir hatten, wo du selber einfach auf der Karte von A nach B fahren kannst und Punkte bekommst. Oder wenn mir die Event-Aufgabe sagt, hey, mach eine Territoriumsreinigung, die ich aber eh schon mache, dann ist das für mich einfach kein Event. Wisst du, was ich meine? Ich finde, mir fehlt bei manchen Sachen so ein klein wenig der Event-Gedanke dahinter. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, es ist halt auch, vielleicht wird es besser. Es sind wirklich Sachen, die auf meckern, auf hohem Niveau sind. Also ich sage ja, so ein paar Sachen könnten noch ein bisschen besser werden. Aber mich würde mal interessieren, wie denkt ihr über die ganzen Sachen? Was ist so eure Meinung zu dem Thema? Wie findet ihr von Zoom und zockt ihr es noch? Zockt ihr es nicht? Habt ihr vielleicht aufgehört? Aus einem bestimmten Grund würde mich auch mal interessieren, vielleicht warum ihr aufgehört habt. Oder warum ihr sagt, das ist für euch das beste Game. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.